Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir bringen ihn zu einem Arzt. Ich bin Arzt. Lassen Sie mal sehen. Legen Sie den Mann auf den Boden. Der Mann ist tot. Da ist er. Ja, wo, wo sind denn die beiden Herren, die den Mann gefunden haben? Wie würden Sie diese ställige Beurteilen? Das ist ein Einstich. Wie von einer Spritze mit einer starken Kanüle. Extrem stark. Es könnte sich um einen Giftmord handeln. Na, was sagen Sie? Eindeutig zu Herrn Kalif. Das bedeutet doch... Dass der Mord im Parkhaus verübt wurde. Wahrscheinlich nur Minuten, bevor sie kamen. Dann wären also die Männer, die Vorgaben, ihn zum Arzt bringen zu wollen. Die Mörder. Sagen Sie, könnten Sie uns eine möglichst genaue Beschreibung geben von diesen beiden Männern? Ich will es versuchen. Die sahen nicht wie Mörder aus. Bei Gelegenheit, sagen Sie mir mal, wie Mörder aussehen. Wird es dann leichter. Also, kommen Sie bitte, Doktor. Willi. Ja. Ihr habt da zwei Männer gesehen. Ich möchte gerne eine Beschreibung davon. Sucht ihr einen guten Fahndungszeichen. Herr Adnan, kommen Sie. Tja. Ja, sag mal, mit einer Spritze ist es nicht sehr umständlich. Ja, doch. Wo hatte der Tote die Verletzung? Auf der Schulter, also gut erkennbar. Dreh ich mal um. Was? Dreh ich mal um. Ach so. Ja. Könnte sein so. Denk mal an die starke, aber relativ kurze Kanüle. Also, wenn es stimmt, dann haben wir es hier mit einer sehr traditionsreichen Art von Mord zu tun. Das ist im Grunde genommen, ist das wohl alt. Gift im Ring? Ich meine, da springt das so ein Stachel raus, den man dann initiiert. Hm. Ich habe mal so ein Ding gesehen in irgendeinem Kriminalmuseum. Ich weiß nicht mehr, wo das war, warte mal, war es in Rom oder Paris. Ist auch gleichgültig. Vorläufig ist es eine Spekulation. Also, ich glaube nicht, dass ihr damit was anfangen könnt. Der Arzt ist mehr als unsicher in seiner Beschreibung. Vorsichtig ausgedrückt. Hm. Harry, übernimmst du das mal? Wo ist die Adresse des Toten? Die Tür. Ja, Willi, dann komm mal mit. Und was macht er, Herr Loos? Er war Journalist. Er schrieb Artikel für Zeitungen. Er reiste durch die ganze Welt und verfasste darüber Berichte. Äh, freiberuflich? Was? Ja. Er hat immer getan, wozu er Lust hatte. Und wollte sich durch nichts darin behindern lassen. Frau Kump, hat er Angehörige? Nur einen Vater. Der lebt in einem Altersheim bei Weilheim. Es tut mir ja so leid, Herr Loos. Sie müssen jetzt ja tapfer sein. Genaueres wissen wir ja noch nicht. Wollen Sie mit dem Kriminalbeamten selber sprechen? Er ist am Apparat. Herr Loos. Schwester. Tut mir leid. Herr Loos hat einen Sprechanfall. Er kann nicht ans Telefon kommen. Herr Loos. Er ist am Ränen. Verzeihen Sie. Der Vater von Herrn Loss ist der Ehre. Der Vater hat einen Herzanfall. Der Arzt hat ihm nicht erlaubt, bei der Bestattungsfeier dabei zu sein. Dankeschön. So, Stefan. Ich habe alle, die bei der Trauerfeier anwesend waren, sich hier eintragen lassen. Das Ganze als polizeiliche Maßnahme deklariert, also ganz offiziell. Zwei Adressen stimmen nicht. Wahrscheinlich auch die Namen nicht, ne? Welche? Die hier. Stehen ja hintereinander. Ja. Erinnerst du dich? Ja, einigermaßen. Es waren also zwei relativ junge Leute. Oh, warte mal. So. Ja, was soll das? Na, schau das an. Das sind doch Kalkaturen. Ich meine, da kannst du doch niemanden identifizieren. Entschuldige mal. Guten Tag. Mein Name ist Hohlwein. Ich hätte mich gerne erkundigt. Sind Sie der Leiter des Altenheims? Ja. Warum geht das? In Ihrem Heim wohnt doch ein gewisser Herr Loss. Walter Loss. Ich hätte gern gewusst, wie es ihm geht. Danke, jetzt wieder ganz gut. Und Sie wissen Bescheid? Ja, der Tod seines Sohnes. Es hat ihn sehr mitgenommen. Ja, er hatte einen Herzanfall. Ich bin ein Freund seines Sohnes. Und ich habe da eine Frage. Ist der Aufenthalt des Herrn Loss finanziell abgesichert? Das Altenheim, in Beinem. Verstehen Sie, es geht mir darum zu wissen, ob in dieser Hinsicht alles in Ordnung ist. Ja, es gibt da eine monatliche Zahlung über Dauerauftrag. Aber wie sich das jetzt nach dem Tode seines Sohnes entwickelt, darf ich Sie mal mit Herrn Loss verbinden. Kleinen Moment, bitte. Hallo? Loss am Apparat. Wer ist dort? Man sagte, er ist ein Freund meines Sohnes. Ja, ich kenne Harald sehr gut. Ich habe ihn in Rom kennengelernt. Ja, ja, er hatte viele Freunde. Ich bin froh, dass sich mal jemand meldet. Ich bin ganz ratlos. Verstehen Sie? Ganz auf mich gestellt. Auf meine Gedanken. Ich frage mich, wird das alles im Dunkeln bleiben? Werde ich nie erfahren, was da eigentlich passiert ist. Sag es ihm. Eine Frage, Herr Loss. Könnten Sie mal in die Stadt kommen? Wir könnten uns dann treffen. Ja, natürlich würde mich gern mit Ihnen treffen. Wissen Sie, ich denke ununterbrochen an meinen Sohn. Nach München. Herr Loss soll morgen in München sein. Kann er denn das? Ja, er ist soweit wieder hergestellt. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Herr Sohner soll morgen Abendloss die drei in München sein. Er soll dort ein Taxi nehmen, sich zum Imperial fahren lassen, sich dort in die Bar setzen und dem Kellner sagen, wer er ist. Dass er da sei. Man würde ihn dann dort abholen. Was halten Sie davon? Ja, was hält Loss davon? Er ist fest entschlossen, morgen nach München zu fahren. Kann man ihm das erlauben? Moment, bitte. Lassen Sie mich bitte mal her. Ja. Los, Herzinfarkt. Er ist tot. Das wäre eine Chance gewesen, etwas zu erfahren. Sag mal, was soll dieser Anruf bedeuten? Was wollte der Mann von Loss? Freund seines Sohnes? Mörder seines Sohnes? Das wäre aber wohl nie erfahren. Personalabteilung hier ist Derrick. Sag mal, könnt ihr mir helfen? Ich suche da einen Kriminalhauptkommissar. Er ist nicht mehr da. Den hatten wir mal. Welches Dezenat, weiß ich nicht. Er ist Felden. Nein, mit V. Felden, ja. Jonas. Jonas Felden, ja. Vorzeit, ich fangen Sie nicht wegen... Ja, 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 der ist das. Der ist das. Derrick? Derrick? Na, endlich. Ich suche Dich seit Stunden. Mit einem Haftbefehl? Nee, mit Ausdauer. Mit einer Menge Ausdauer. Bin ich froh, dass ich Dich gefunden habe. Warum suchst Du mich? Ich brauche Dich. Ich bin nicht mehr verwendbar. Gerade noch als Schachspieler. Oder als Trinker. Darum hat man mich ja auch gefeuert. Warum brauchst Du ausgerechnet mich? Ich brauche Dich als Vater für einen ermordeten Sohn. Gut, gut. Das ist eine gute Geschichte. Aber es ist Deine Geschichte. Nicht meine. Ach Gott, nochmal. Versteh mich, Derrick. Du hast irgendein Bild von dem Menschen, der ich mal war. Der bin ich nicht mehr. Menschen interessieren mich nicht mehr. Wenn man ein guter Kriminalbeamter sein will, dann müssen wir da Menschen interessieren. Alle Ihre Lächerlichen Auf- und Abschicksale sind mir shitegal. Also, bitte. Such Dir einen anderen Vater für Deinen ermordeten Sohn. Ich habe keine Zeit mehr, einen anderen zu suchen. Wir müssten morgen in das Altenheim. Und damit Du nichts falsch machst, dann müsstest Du all die Briefe lesen, die der Sohn seinem Vater geschrieben hat. Es lohnt sich. Wirklich. Das lohnt sich. Die kannst Du ruhig lesen. Das war ein sehr... Das war... prima Beziehung. Prima Beziehung zwischen Menschen gibt es nicht. Wo habe ich das mal gelesen? Auch alle Liebenden befinden sich nur in schmerzlicher Umklammerung. So. Und jetzt gehe ich nach Hause. Was ist denn? Was willst Du denn? Ich will Dich abholen. Abholen? Wieso denn abholen? Du, ich habe Dir keine Zusage gemacht. Ja, wieso nicht? Du hast gesagt, ich überleg's mir. Also gut, ich habe es mir überlegt. Nein! Es kommt Dich die Frage! Trink jetzt nicht. Warum soll ich nicht trinken? Weil Du Deinen Verstand beisammen haben musst. Und wenn ich Dein Angebot annehme, habe ich keinen Verstand. Weißt Du, wie der junge Mann getötet wurde? Ich will es gar nicht wissen. Siehst Du diese flache Hand? Ja, und, und, was, was soll's? Kannst Du Dir einen Siegeln vorstellen? Den drehst Du nach innen, dann bedienst Du irgendeine Vorrichtung. Und eine Kanüle springt da raus. So, und dann gibst Du jemandem die Hand. Ist wurscht wie. Liebenswürdig, nett, herzlich, feierlich, traurig. Du kannst aber auch jemandem ganz einfach die Hand nur auf die Schulter legen. Was war drin? Zürgen Karli. Warte einen Moment. Ich zieh mich nur an. Das Strobel der Tod von Herrn Loster ist ja geheim gehalten worden. Ja, wir haben uns an die Abmachung gehalten. Außerdem, es gibt keinen Angehörigen mehr, der noch benachrichtigt werden müsste. Ist noch ein Anruf gekommen? Nein, nicht mehr. Also, ich gebe Ihnen zu, das sind fabelhafte Briefe. Ein Sohn schreibt, mein lieber Vater, schreibt aus aller Welt, beschreibt sie in die glühendsten Farben. Und dazu unser stubsinniges Schreibtischleben. Deines, Derek, und auch meins. Seins, da. Also gut, Derek, ich tue's für den Jungen. Weil er auch nicht dauernd um Geld schnarrt. Und weil er schreibt, mein lieber Vater. Aber Stefan, vergiss nicht. Vielleicht war ich mal gut. Aber das bin ich nicht mehr. Täuschte ich da nicht. Ich könnte es eine Fehlspekulation sein. Wart mir's ab. Grüß Gott. Kannst du ihm aufhörstig sein? Mein Name ist Losse. Ich werde erwartet. Herr Lohs. Ja. Schön, Sie zu sehen. Ich bin ein Freund von Chris Sohnes. Ein guter Freund. Glauben Sie mir, ich weiß, was Sie durchgemacht haben. Mein Beileid. Ja, danke. Danke. Wollen Sie vielleicht etwas trinken? Einen Whisky oder... Ja, doch, bitte. Scotch? Ja, bitte. Zwei Scotch, bitte. Und wer sind Sie? Ich meine, sollte ich Ihren Namen kennen? Ich heiße Korte. Ich war mit Ihrem Sohn in Saudi-Arabien. Ach ja, richtig, Javi. Ich habe ja immer Briefe bekommen. Danke sehr. Danke. Aus Riyadh. Tja, Sie haben was mit dem Herzen, ich weiß. Es geht ihm doch gut, oder? Ja, doch, 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 doch. Prost. Zum Wohl. Tja, dann... Dann fahren wir doch gleich. Sie haben eine Menge Fragen, ich weiß. Schön, Sie zu sehen. Herr Loss, seien Sie herzlich willkommen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr wir auf den Augenblick gewartet haben, Sie zu sehen, mit Ihnen zu sprechen. Sie sehen mich etwas verwirrt. Ja, das kann ich verstehen, das kann ich durchaus verstehen. Dr. Korte kennen Sie ja bereits. Dr. Brandeck, mein Name ist Tubek. Sie kennen meinen Namen? Waren Sie auch in Saudi-Arabien? Ja, ja. Ja, wir sind eine Gruppe von Physikern, Technikern. Wir haben Ihren Sohn Harald in Saudi-Arabien kennengelernt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr uns sein Tod getroffen hat. Haben Sie denn mit so einem Tod irgendetwas zu tun? Ja, in gewisser Weise schon. Nein, eigentlich direkt. Wir wollten einen Mann entführen. Aus bestimmten Gründen mussten wir versuchen, ihn in unsere Hände zu bekommen. Einen gewissen Budetsky. Der Name spielt keine Rolle, der hat viele Namen. Aber wir haben ihn in Zürich aufgespürt. Mit einem Telegramm, dessen Text fingiert war, haben wir ihn nach München gelockt. Er sollte da in ein Parkhochhaus gehen beim Flughafen oben, dritter Stock. Und da würde jemand auf ihn warten. Der Mann muss gemerkt haben, dass wir ihm eine Falle gestellt haben. Er hat Ihren Sohn getötet. Wir waren ihm nicht gewachsen. Warum wollten Sie diesen Mann entführen? Glauben Sie mir aus guten Gründen. Wissen Sie heute noch zurück? Nein, nein, nein. Durchaus nicht. Das ist doch wunderbar. Dann bleiben Sie noch ein paar Tage hier in München. Ja? Rufen Sie Ihr Heim an und sagen Sie einfach, Sie bleiben noch ein paar Tage hier. Wir haben prophylaxisch schon für Sie ein Hotelzimmer reserviert. Wir seien mir noch nicht ganz fertig. Wir kriegen Budetsky. Glauben Sie mir, wo und wann auch immer. Ach, dass du dich mal meldest. Das ist ja fabelhaft. Wo bist du? In meinem Hotel. Man hat mir ein Zimmer bestellt. Und der Chef des Hauses bringt mir gerade eine Flasche Whisky. Jetzt tu mir einen Gefallen. Lass die Flasche zu. Trink nicht. Gib mir einen kurzen Bericht, komm. Ja, ich bin hier unter Freunden. Ich weiß auch, wer der Mörder ist. Ach du, du weißt, wer der... Na, wer ist es? Ein gewisser Budetsky. Wobei ich hinzufügen muss, dass dein Name falsch ist. Ich sag dir jetzt, wie du mich erreichen kannst. Das sind nette Leute. Akademiker, Techniker, Physiker. Die nur eins im Kopf haben. Wie sie Budetsky kriegen. Aber warum sie das wollen, das haben sie mir noch nicht gesagt. Was in dir vorgeht, das weiß ich. Dann sag's mir. Du möchtest sie festnehmen. Vor deinen Schreibtisch schleppen und verhören, bis ihnen das Wasser im Hintern kocht. Du hast recht, ja. Aber, da du ein kluge Bursche bist, nimmst du innerlich eine Güterabwägung vor. Lohnt sich vielleicht noch gar nicht, ne? Wegen eines Wissensdefizits. Womit du schon wieder recht hast, doch. Jetzt komm her. Komm, komm, komm. Gib mir den Namen. Also, Dr. Korte, Dr. Brandeck. Amen, ich hab Ihnen nicht mal Korte geschrieben. Dr. Brandeck? Ne, hörst du Brandeck? Brandeck hab ich, ja. Und Tueck? Tueck, auch Doktor? Ja, wahrscheinlich Doktor, vielleicht sogar Professor. So, und das Haus, gib mir auch die Adresse. Hier, Stefan. Um sieben werde ich abgeholt. So, dann bitte ich dich, trink nicht mehr. Jonas, äh, sieh dich vor. Ein gramgebeugter Vater wird doch noch einen kleinen Whisky trinken dürfen, nachdem was alles auf ihn einstürzt. Und, wo ist er jetzt? Sie haben ihn zum Essen abgeholt. Hast du sie gesehen? Ja, wie sie mit Felden durch die Halle marschiert. Dein Eindruck? Ja, frag mich nicht, gute Leute. Aber was heißt das schon so auf den ersten Blick? Tueck, eine Firma. Tueck, Elektroniker, Inhaber, Professor Walter Tueck, 63. 63? Oh, da gibt's noch einen Sohn, Erich Tueck. Der ist Mitinhaber, 42. Kann er erschrecken was. Dann kicken wir her. Anerkannte Firma, Menge Mitarbeiter, Techniker, Physiker. Und diese Leute, die wollen nun partout einen Mann entführen, der, der wirklich von einem ganz anderen Kaliber ist. Er ist ein guter Freund. Ein guter Freund meines Vaters und der erkannte auch Harald, ihren Sohn. Feiner Kerl, ihr Sohn. Ich machte ihn sehr gerne. Tja, ich bringe euch erst mal vier gepflegte Biere. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Gewöhnlich sitzen wir ja vorne, aber da sind zu viele Bekannte. Und jeder würde fragen, warum wir nicht in Riyadh sind. Und warum sind Sie nicht in Riyadh? Wir können nicht nach Hause gehen. Vielleicht braucht ihr uns. Hm? Hayek, am Telefon. Er bleibt hier. Zürich? Ja. Wer ist das? Ja, mein Mann in Zürich. Wir wissen, wo Budetsky wohnt. Er wird ständig überwacht. Hayek sagt, Budetsky hat sich einen Wagen gemietet. Er muss nach München zurück. Auf jeden Fall. Er hat seine Kontaktleute hier. Was machen wir? Hayek lässt ihn jetzt nicht mehr aus den Augen. Er hat mir die Nummer des Wagens durchgegeben. Und... Herr Lorz. Sie werden jetzt sicher müde sein. Herr Korte bringt Sie zurück ins Hotel. Frag mich doch nicht. Ich... Ich kann es Dir nicht sagen, warum Sie diesen Budetsky kriegen wollen. Sie sind ja wie besessen vor diesem Gedanken. Dann frag Sie doch, warum. Stefan, so geht das nicht. Die nehmen mich nicht ganz ernst. Und ich muss das akzeptieren mit netter, freundlicher Ignoranz. Dann vergiss bitte Folgendes nicht. Es ist mein Fall. Nicht Deiner. Ja, danke. Budetsky kommt über Bregenz, Lindau, dann irgendwie durchs Allgäu. Aber auf jeden Fall muss er über die Lindauer Autobahn. Ja, gut, wir fangen ihn vor München ab. Dann verfolgen wir ihn, bis wir wissen, wen er aufsucht. Und dann nehmen wir ihn hoch. Es ist 10 Uhr, warum meldet er sich nicht? Da geht doch jetzt was vor. Budetsky kommt aus Zürich. Aber wie, wann, wo, auf welche Weise? Und von Felgen, Schweigen, Funkstillen. Er hat übrigens vor drei Stunden passiert. Der Wagen muss jeden Augenblick auftauchen. Der Wagen muss jeden Augenblick auf sein. Er ist da. Er ist da. Wir sitzen hinter ihm. Hier, Tübeck. Wenn er abbiegt von der Autobahn, dann bleibt ihr zurück und ich übernehme ihn. Habt ihr mitgehört? Verständigung ist gut. Er ist links eingebunden. Hier, Brandeck. Wir sind hinter dir. Übernehme. Wir sind hinter dir. 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 Und hinter dir. Wir sind hinter dir. Wir sind hinter dir. Wir sind hinter dir. Wir sind hinter dir. hinter dir. Was ist hinter dir. Wir sind hinter dir? Wir sind hinter dir. 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 Auch die DDR hat er gebaut. Auch die ddr hat er gebaut. Ich glaube eine Meerwasserentsalzungsanlage. Der Vater ist der gرzart Thubek Senior in einer DDR hat sich angefreundet mit einem ddrwissenschaftler. Und der hat sich bei unseren Freunden so wohl gefühlt, dass er sich entschlossen hat, seine sozialistische Heimat zu verlassen. Ja, alter Hut kommt vor. Was ist dein Kummer? Moment. Vor einem Monat war Tubek Senior wieder in der DDR, um einen Vortrag zu halten. Und haben sie ihn dort festgenommen wegen Fluchthilfe. Und was steht darauf? Genug, um den Rest seiner Jahre zu vergessen. Budetsky, was ist er? Ein Agent? Ja, gut, Erik. Ja, das ist doch ein interessanter Beruf, ne? Na ja, die jungen Leute haben Budetsky in Riyadh kennengelernt. Er wollte von ihnen Konstruktionspläne haben. Pläne erster Güte. Aber die drei Burschen haben ihn abfahren lassen. Und jetzt, wo der Tubek Senior drüben festsitzt, da kamen sie auf die Idee, Budetsky in ihre Gewalt zu bringen. Besser als... als Austauschobjekt? Ja. Da haben sie dieses fingierte Telegramm losgeschickt. Mit dem Inhalt etwa, wir verkaufen. Budetsky ist prompt darauf reingefallen. Er dachte natürlich an seine Pläne. Sie haben nur an ihn gedacht. Na? Was für eine Sache ist das nun? Um auf die Knie zu gehen und verrückt zu werden. Was ein Sohn für seinen Vater tut. Was Leute tun für ihren Chef. Da wären Emotionen frei. Sogar bei mir. Sag mal. Die haben sich da an einen Berufsagenten herangemacht. An einen Mann vom Geheimdienst. Ist doch... ist doch hirnverbrannt. Ist es das wirklich? Alles ist möglich. Alles. Na gut. Dann wollen wir mal zusehen, dass sich deine netten jungen Leute nicht allzu sehr so im Glück stürzen. Denn das werden sie jetzt todsicher tun. Budetsky wird Notwehr geltend machen. Was wollten sie denn? Sie wollten den Hubs nehmen, nicht wahr? Kidnapping. Aber was willst du dagegen machen? Sehen, wie ich Budetsky jetzt kriege. Gott sei Dank, dass Sie kommen. Wo waren Sie denn? Ich habe ein Lokal aufgesucht, das ich von früher kenne. Musst du unbedingt mal andere Luft schnuppern. Wollen Sie nicht noch zu uns kommen? Budetsky ist hier. Wir müssen nur noch rausbekommen, wo er sich im Moment auffällt. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ja. Es ist was nicht in Ordnung. Ich heiße nicht los. Mein Name ist Felden. Ich bin ehemaliger Kriminalkommissar. Und der Vater von Harald Loss ist tot. Schon seit drei Tagen. So, und jetzt kriege ich meine Rechnern bezahlen. Kriminalkommissar? Mann Gottes. Haben Sie es denn noch immer nicht begriffen? Sie sind doch Amateure. Es war dich sehr schwer, Ihnen auf die Spur zu kommen. Und? Warum hat man uns noch nicht festgenommen? Dann warten Sie es doch ab. Ich will meinen Vater rausholen. Aus dem Gefängnis. Raus auf die einzige Weise, die Erfolg verspricht. Ist das falsch? Das ist nicht die einzige Weise, die Erfolg verspricht. Ach, was soll ich noch dazu sagen? Ja oder nein! So schön war das auch nicht, von Ihnen uns etwas vorzuspielen. Haben Sie vielleicht mir das Spaß gemacht? Wissen Sie, wo Rosker Mai wohnt? Haller King, Bischofsweg 5. Sie sollten nicht nur die Künstleragentur im Auge behalten. Noch etwas. Ich habe großen Respekt vor Ihnen. Aber mit Recht und Gesetz hat das nichts zu tun, was Sie da vorhaben. Ja, bitte? Ein Herr Derrick möchte Sie sprechen. Derrick? Unbekannt. Fragen Sie ihn, was er will? Ah, Moment, ich mache das schon. Das zähle ich Ihnen zu Ihnen. Vielen Dank, danke schön. Guten Tag. Ich ermittle in einem Mordfall. Und im Verlauf dieser Ermittlungen bin ich auf Sie gestoßen. Auf mich gestoßen? Bei einem Mordfall? Ja. Ja, in einem Parkhaus am Flughafen Riem ist ein junger Mann ermordet worden. Der Täter war mit dem Flugzeug aus Zürich gekommen. Wer wurde ermordet? Ein gewisser Harald Loss. Er wurde mit Sian Kali ermordet. Ja, es wurde ihm irgendwie in die Schulter indiziert, wissen Sie. Der Mörder trug einen Ring, der entsprechend präpariert war. Einen Ring? Ja. Schauen Sie, der hat den Ring so an der Hand getan, dann dreht er ihn nach innen, dann tätigt ihn. Dann springt so ein Stachel, springt da raus. Es ist ja einfach, einen Menschen damit zu töten. Er stirbt innerhalb einer Minute. Wissen Sie, wie so ein Ring aussieht? Können Sie ihn beschreiben? Ja. Also es müsste auf jeden Fall ein Siegelring sein. Das Edelmetall, Gold, Silber, Platin. Und er ist künstlerisch sehr gut gearbeitet. Er ist, wie sagt man es heute noch, er ist durchgestylt. Gefüllt mit Zürich Kali. Gefüllt mit Zürich Kali, ja. Der Mörder ist ein gewisser Bodecki. Bodecki. Ja. Er ist gestern mit einem Leihwagen aus Zürich gekommen, hat sie besucht. Und danach haben sie seinen Wagen aus der Tiefgarage herausgefahren. Wahrscheinlich haben sie ihn zurückgebracht zur Leihfirma. Hat ja überall Filialen. Wer ist denn Bodecki? Er ist Agent eines Geheimdienstes. Er ist vor drei Wochen aus Saudi-Arabien gekommen. Er hat eine Wohnung bei Zürich. In Zollikon. Ich muss raus hier. Ich muss etwas trinken. Ich liebe ihn. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Durch meinen Beruf. Ich vermittle Ostgasspiele in den Westen und Westgasspiele in den Osten. So lernte ich Bodecki kennen. Wussten Sie von seinem Beruf? Erst nicht. Aber dann hat er es mir erzählt. Es war mir gleichgültig. Dieses ganze Ost und West hin und her war mir absolut gleichgültig. Ich sagte ihn ja, ich liebe ihn. Sind Sie sicher, dass er den... ...Mord begangen hat? Er trägt einen Ring. Einen Siegelring. Er legt diesen Ring nicht einmal im Bett ab. Ich habe oft geschlafen mit dem Gesicht auf seiner Hand. Er ist gestern gekommen. Er war sehr nervös. Er sagte, er warte auf Anweisungen. Wo ist er jetzt? Er ist ein Mörder. Aber die ganzen Umstände sind so, dass es... ...nicht allzu schlimm für ihn aussieht. Er ist bei mir zu Hause. Ich werde ihn festnehmen. Und bitte... ...rufen Sie ihn nicht an. Denn wenn er gewarnt wird, dann weiß ich ja... ...wer ihn gewarnt hat. Das ist so, dass er die Erwärmung ist. Er war natürlich für laissez-Rakten. Er hat es gewarnt. Er hat es gewöhnt. Er hat es gewarnt. Er hat es gewarnt. Er hat es gewarnt. Er hat es gewarnt. Er hatte ein Gewinn. Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo! Wer ist da? Die Post, die Paket. Stellen Sie es vor die Tür. Ich bekomme Zustellgebühr. Ja, ja, Moment. Vorsicht, der Rang. Ja, Moment. Ja, Moment. Ja, Moment. Ja, Moment. Musik Wir sind uns hervorgekommen. Stefan. Ja. Der Ring ist leer. Zwei Männer, die ich nicht kenne. Bringen Sie mich sofort hier weg. Verlieren Sie keine Sekunde. Dr. Brandeck. Kommen Sie bitte, kommt. Ja, bitte. Kriminalpulser. Sie wünschen? Dass Sie die Tür freigeben und dann ein Gespräch mit Dr. Korte, Dr. Brandeck und Herrn Tubeck. Dr. Tubeck? Dr. Tubeck, ja. Professor Tubeck ist sein Vater. Ist sein Vater. Gut, dann machen Sie mal die Tür zu. Sie können davon ausgehen, dass wir vollständig unterrichtet sind. Auch über die Beweggründe Ihrer Aktionen. Sie haben soeben Budetsky entführt. Wo ist er? Budetsky? Wir wissen nicht, wo Budetsky ist. Wir haben Budetsky nicht entführt. Harry. Ich nehme an, Sie wissen inzwischen, wie der funktioniert, was? Ja. Er hat es uns gezeigt. Gut. Dann wiederhole ich meine Frage, wo ist Budetsky? Ich werde ihn festnehmen unter dem Verdacht, einen Menschen getötet zu haben, unter welchen Umständen auch immer. Wissen Sie, warum wir Budetsky haben wollten? Ja. Oh ja, das weiß ich als Austauschobjekt gegen Ihren Vater. Ja, ja, ich weiß, solche Geschäfte gibt es. Ich werde mir gar kein Urteil darüber erlauben. Darum geht es nämlich gar nicht. Es geht um Folgendes. Sie drei. Sie drei, Sie behindern unsere Arbeit. Darf ich Sie etwas fragen? Also Harald Loss, ein Freund. Guter Freund, wie Sie sagten, nicht? Ja, ein sehr guter Freund. Wollte Ihnen helfen bei diesem Austauschunternehmen und er wurde dabei ermordet. Hat das Ihre Pläne nicht geändert? Der Austauschgegenstand, das, was Sie da anbieten wollten, das war nicht mehr der Agent, der mehr oder weniger wertvoll ist. Oh nein, 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 nein. Das ganze Geschäft, das ganze verdammte Geschäft war jetzt ein ganz anderes geworden. Ach, wissen Sie, ich glaube, Herr Harald selber hätte gesagt, nimmt dabei auf mich keine Rücksicht. Ach, ja, glauben Sie. Lasst meine Mörder doch laufen, nehmt doch meinen Tod nicht so wichtig. Lasst euch durch meinen Tod nicht stören. Glauben Sie das? Gut. Gut, wenn Sie das glauben, dann tun Sie das, was Sie sich vorgenommen haben und Sie können. Wir haben dieses Beweismittel nicht gesehen. Nehmen Sie es an sich. Behalten Sie es. Lassen Sie es verschwinden. Aber vielleicht behalten Sie es auch als Andenken an Ihren Freund, der damit getötet wurde. Sehen Sie, wir haben jetzt kein Beweismittel mehr für die Justiz Spodecki. Eine ganz uninteressante Person, ein unbescholtener Mann, soweit man das überhaupt von einem Agenten sagen kann. Sie können in erster Klasse nach Hause fahren lassen. Stuttgart 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 Kommen Sie raus, Stein. wird wieder mal der mörder seiner gerechten strafe zugeführt so ist es von so ist man hat doch immer ein angenehmes gefühl da war nicht wahr oder selbst wenn mir jetzt hunde elend wäre dir würde ich nicht sagen so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020